Hallo zusammen, ich habe hier eine neue Rolle. Das ist ein Magnetschild. Ich weiß nicht, ob man sieht, was hier draufsteht. Wir suchen einen neuen Mitarbeiter in die Werkstatt. Wenn ihr schaut, wissen möchtet, was wir machen, dann könnt ihr entweder ein Abo machen, dann seht ihr, was ich bringe jeden Tag. Oder ihr könnt die alten Videos anschauen, sind jetzt knapp 1000 Stück und ich suche jemanden, der die Werkstatt macht, mal den Transport, Lager aufräumt, alles versteht über Kältetechnik, Elektro, Wasser, mit dem Kunden umgehen kann, wenn Reparaturen kommen. Ich suche eigentlich eine eierlegende Wollmilchsau. Ich weiß, dass ich das nicht finden werde, aber man kann bei mir, wenn man will, was lernen, viel lernen. Ich denke, wir machen Sachen, die nicht jeder Betrieb macht und somit meldet euch bei uns. Der Kontakt steht unten drin. Wir suchen hier im Standort Schlatt einen neuen Mitarbeiter für die Werkstatt, alles, was dazu gehört. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.